Dieser Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem grauen 5 Türer Platz. Die Limousine besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Navigationssystem, Einparkhilfe, Bluetooth, Tempomat und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Benziner eine Leistung von 182 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 24.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bis zum nächsten Mal.